Willkommen zu dem Lehrvideo von vSoft Premium Copy & Paste von Lichtern und Nischen. Wechseln Sie im Menü Raum unter Türfenster in die Wandansicht. Zeichnen Sie nun eine Nische oder eine freie Nische. Kopieren Sie die Nische mit einem Rechtsklick. Mit einem weiteren Rechtsklick auf eine freie Wandfläche und Einfügen platzieren Sie eine Kopie der Nische. Wechseln Sie nun in die 3D-Ansicht. Mit einem Rechtsklick und Einfügen können Sie auch hier eine weitere Kopie einer Nische platzieren. Um Ihre Nischen perfekt auszuleuchten, wechseln Sie nun in das Menü Sicht und Licht. Dort gehen Sie in die Bodenansicht. Platzieren Sie nun einen Scheinwerfer in einer Ihrer Nischen. Auch hier kopieren Sie den Strahler mit einem Rechtsklick und platzieren diese Kopie in der nächsten Nische. Alle Einstellungen, die Sie am ersten Scheinwerfer vorgenommen haben, werden mitkopiert. Wechseln Sie nun wieder in die 3D-Ansicht und platzieren hier eine Kopie in der letzten Nische. Über den Lichtquellen-Explorer können Sie weitere Einstellungen vornehmen. Viel Erfolg beim Arbeiten mit Wiesoft Premium 2014-2! Tschüss! Tschüss! Untertitelung. BR 2018